Schauen wir uns einen Wellenimpuls im Hörsaal an. Wir benutzen dazu ein gespanntes Gummiseil, das wir durch einen Schlag Transversal anregen. Der Wellenimpuls bewegt sich sehr schnell, doch schauen wir uns das Ganze in Zeitlupe 25-fach verlangsamt an. Und Stopp! 40 Millisekunden vorher sah das noch so aus. Und 40 Millisekunden später sieht es dann so aus. Aus dem Bild können wir leicht die in 40 Millisekunden zurückgelegte Strecke abschätzen, für die wir etwa 1,20 Meter erhalten. Wir haben also eine Wellengeschwindigkeit von etwa 30 Meter pro Sekunde. Und bei einem Tempolimit von 100 Stundenkilometern müssten wir schon sehr aufpassen.